Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und wir gucken mal rein, was ich dir heute so mitteilen darf. Und es ist natürlich wie immer ein allgemeines Orakel. Die alten Hasen wissen es schon, wer neu dabei ist. Nimm dir immer nur das mit, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Denn eine Kartenlegung sollte generell immer ein Zeitvertreib sein und als Ratschlag gesehen werden und nicht als Bedienungsanleitung fürs eigene Leben. So, wir beginnen ganz klassisch mit dem klassischen Rider-Raid-Tarot, nehmen fünf Karten und schauen mal, was ich euch heute so mitgeben darf. So, heute sind wir auch ein bisschen spät dran. Ich habe heute erstmal die Kinder zur Schule gebracht und jetzt schauen wir mal in die Karten. Heute ist Vollmond und ich finde es schon relativ emotional, muss ich sagen. Also ehrlich gesagt hatte ich schon zweimal Pipi in den Augen und was haben wir jetzt? Es ist halb neun, fängt schon mal gut an. Mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. So, sieht aber schon mal ganz schön aus. Wir haben heute sogar sechs Karten. Na, wir nehmen es, wie es kommt. Vor allem, wenn es so gute Karten sind. Was haben wir denn als Outcome unten drunter? König der Schwerter auf dem Kopf, ja. Hat heute nicht viel mit Gedanken zu tun, heute ist eher ein emotionaler Tag, auf jeden Fall. Also, aber beginnen wir am Anfang. Wir haben heute die acht der Münzen, die große Arcana-Karte der Sonne, Page der Stäbe, Gerechtigkeitskarte auf dem Kopf, zwei der Münzen und den Stern am Ende. Das sieht für mich heute so aus, als könnte man wirklich sehr gut daran arbeiten, Dinge voranzubringen, die einem am Herzen liegen, ja. Die wirklich für dich essentiell wichtig sind und, ja, die, die wegweisend sind sozusagen. Dinge, die notwendig sind, um deinen Weg, deinen ganz persönlichen Weg, der für dich richtig ist, zu durchschreiten. Vielleicht haderst du hier an der einen oder anderen Stelle nochmal, ob du es wirklich verdient hast, glücklich zu sein, ob du es wirklich schaffen kannst, deine Ziele zu erreichen. Und manchmal ist es so, dass wir da, wo wir hinwollen, tatsächlich auch nur auf Umwegen hinkommen. Ja, das sollten wir uns immer bewusst machen, dass zwischen dem Start und dem Ziel einfach keine gerade Linie ist, sondern da sind Täler, da sind Berge, da sind Abzweigungen, gefährliche Schluchten und vielleicht noch ein Becken mit Haien. Ja, manchmal haben wir das Gefühl, wir könnten vom Startpunkt aus unser Ziel schon sehen, aber wir sehen halt nicht, was noch alles dazwischen für Aufgaben, Hürden und Hindernisse sind, aber auch, welcher versteckte Segen dazwischen noch ist, ja, wo die Stopp-Momente sind, wo man mal wirklich sich ausruhen kann, wo man genießt, das hier und jetzt genießt, anstatt immer dem Ziel nachzugeiern. Hier ist heute ganz viel Potenzial, die Dinge wieder in die Hand zu nehmen, aber mit dem Bewusstsein, dass das nicht immer einfach ist. Ja, dass das auch, dass auch die schönsten Sachen Opfer erfordern manchmal, ja, dass man sich manchmal da so, auf Englisch sagt man Sacrifice, wie heißt denn das auf Deutsch, dass man sich da manchmal für hingeben muss für den Moment. Andererseits haben wir heute aber auch so ein bisschen die Energie davon, dass wir ein bisschen schauen müssen, ob sich gewisse Dinge auch lohnen, ja, also ob das Ziel noch lohnenswert ist, weil nur weil du dir vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren oder meinetwegen auch schon in deiner Kindheit ein Ziel gesetzt hast, heißt das nicht immer, dass dieses Ziel für dich heute auch noch passend und stimmig sein muss. Das ist auch so eine Sache, dass man manchmal sehr stur ist, ja, der Esel läuft dann immer der Karotte hinterher und merkt gar nicht, wie wund seine Füße sind oder dass er fast verdurstet. Und an der Stelle ist es vielleicht auch mal ratsam, sich auf eine Sache zu konzentrieren und sich daran auch zu erfreuen. Also auch hier diese Arbeit, die man bereits in das Erreichen einer bestimmten Sache gesteckt hat, auch mal wahrzunehmen und sich daran wirklich zu laben. So, es geht nicht immer darum, nur auf das Endergebnis zu warten. Was mir gerade als erstes in den Kopf dazu gekommen ist, ist Kuchen backen. Na, man kann ja backen und freut sich auf den fertigen Kuchen, aber nichts spricht dagegen, halt auch den rohen Teig aus der Schüssel zu schlecken. So, das ist so, genau, das ist das Bild, was mir dazu kommt, ab und zu zwischendurch mal innehalten, das genießen, was halt wirklich vor der eigenen Nase ist und das auch einfach mal hochzuhalten und zu sagen, das ist jetzt das, was ist. Es ist nicht perfekt, es ist nicht da, wo ich hin möchte, aber es ist jetzt. Es ist hier und jetzt und das ist in Ordnung, so wie es ist. Und das Ganze ist mehr eine Gefühlssache als eine Kopfsache heute. Und vielleicht schwankst du auch zwischen verschiedenen Optionen und fragst dich, soll ich A machen oder B machen und dann kommt jemand um die Ecke und bietet dir noch C an und jetzt bist du vielleicht völlig verwirrt. Manchmal gehen die Dinge nicht so schnell, wie wir sie gerne hätten und manchmal machen wir Verluste auf dem Weg oder müssen einen hohen Preis dafür bezahlen, auf unserem Weg zu bleiben. Und das alles gilt es jetzt emotional zu verarbeiten. Also wirklich mal durchzuatmen, sich mal hinzusetzen und das auch zu genießen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich selber bin da nicht so gut drin. Ja, also wenn ihr hier drum herum gucken könntet, da steht noch mein angefressenes Frühstück, das ich nicht aufgegessen habe. Hier habe ich meine halb getrunkene Tasse Kaffee, die kalt wird. Aber es geht darum, so im Ganzen mal zu schauen, dass man da, wo man gerade ist, halt auch zufrieden ist mit dem, was man hat. So. Naja, der Kaffee ist zumindest noch lauwarm. Das lässt sich ja schon mal ganz gut genießen. Nehmen wir noch drei Karten aus dem Seelenforscher-Orakel. Da haben wir einmal das Geschenk. In deiner Situation liegt ein wertvolles Geschenk. Ja, das hat der Page der Münzen hier ja quasi auch schon angezeigt. Dann haben wir die Liebe. Frage dich immer, was würde die Liebe jetzt gerade tun? Und dann haben wir noch den Herbst. Es ist an der Zeit, das Alte loszulassen. Passt sehr gut. Wir haben ja heute auch den Vollmond. Vielleicht hast du da auch Lust, die ein oder andere Sache loszulassen. Vielleicht hast du dich auch in deiner Vergangenheit ungerecht behandelt gefühlt. Oder hast du das Gefühl, dass du wirklich zu viel bezahlt hast, einen zu rund Preis bezahlt hast für gewisse Dinge. Und jetzt ist es an der Zeit, mal zu schauen, was du da wirklich hast. Oder was du an dem hast, was du wirklich hast. So rum. Die Mittwochskarte Merkur sagt, ziehe Bilanz, sei ganz realistisch. Und da geht es vielleicht auch mal darum, wirklich daran zu arbeiten, das, was man liebt, auch mal wertzuschätzen. Und nicht immer nach dem Nächsten zu geiern. Nicht immer nur zu sagen, okay, abgehakt, Nächstes, abgehakt, Nächstes. Sondern zu sagen, jetzt lebe ich mal. Nicht nur zu überleben, sondern tatsächlich auch mal zu leben. Und das ist wirklich nicht immer einfach. Es ist immer so einfach gesagt. Und man hört es und denkt sich so, ja, ja, das macht total Sinn. Aber es dann wirklich zu spüren und zu fühlen und in sein eigenes Leben zu übertragen, das ist immer ganz anders. Ja, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. So. Na, wie gesagt, ich musste heute auch schon zweimal das ein oder andere Tränchen verdrücken über Dinge, wo ich dachte, okay, da bin ich echt eigentlich schon lange drüber weg. Aber manchmal merkt man, man ist da vielleicht doch noch nicht drüber weg. So, jetzt nehmen wir noch eine Karte aus dem Heilorate der Feen. Und schau mal. Tschüss, bis später. So, da haben wir hier zum einen die innere Führung. Nehmen wir noch eine zweite. Hast du dein Frühstück eingepackt? So. Tut mir leid, ja, hier ist gerade Alltag. So, also, wir haben hier die innere Führung. Und das zweite ist die Standhaftigkeit. Und im Endeffekt, seht ihr das? Haben wir hier diesen Pagen der Stäbe mit seinem Einstab. Und sie ist auch standhaft bei dem, was sie da halt gerade hat. Sieht ein bisschen düster aus, die Gute. Aber wahrscheinlich liegt es auch nur daran, dass sie halt ihre ein oder anderen Verletzungen schon in sich trägt. Und dass sie sich auch nach außen spiegelt, ja. Da muss man manchmal hier auch wirklich das Alte loslassen, um dann Platz zu haben für die innere Führung. Die Tagesenergiezahl ist heute die 3,9,1. Und sie sagt aus, dass alles unter einem göttlichen Schutz steht, dass das, was hier passiert, so sein soll, während dir die Sonne aus dem Hintern scheinen darf. Auch wenn du noch nicht ganz da bist, wo du bist, kannst du trotzdem lauschen und darauf vertrauen, dass das alles seinen richtigen Weg geht. Auch wenn du das Gefühl hast, dass hier vielleicht die Emotionen heute auf- und abgehen, hoch- und runterschwanken. Letztendlich steht das Ganze unter einem guten Stern. Kann man mit dem Kopf vielleicht nicht so ganz erklären, aber gefühlstechnisch darf man das heute alles durchfühlen. So, machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich total über ein Like oder Kommentar. Falls noch nicht geschehen, abonniere gerne meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.